hallo und herzlich willkommen zurück zu henry jetzt habe ich mir überlegt wenn ich doch hier das ganze hier lang macht warum habe ich da unten die produktion stehen jetzt ist natürlich eine frage wie bekomme ich hier mein zeugs darin ja hier müsste ich noch einen hinsetzen sodass das fünf sind und so ok die frage ist bekomme ich meine sachen hier hinein warte mal da wird es gehen und da jetzt hier nee hier geht es nicht ja da habe ich mich ein bisschen bewuschtelt oder wir gehen hier hoch mehr da sind die stangen da geht es gar nicht aber wir können aber auch hinten hoch gehen hier so ne da da hier ist das die richtige höhe ja das ist so warte und dann mache ich das hier lang dann noch mal in die andere richtung komm schon oh zieht das wieder weg so das sollte gehen genau hier geht immer vorne rennen das müsste aber jetzt gehen geht's auch okay und dann geht's halt hinten raus wenn ich ankomme ich habe nur noch drei okay ausgang das hier ist der erste das geht auch nicht wenn ich vorne raus ne ich muss hinten raus wie mache ich das jetzt mit den stangen hier kann ich ja die kann ich hier einen höher setzen okay wo kommen die hier hin jetzt fliege doch das hier komm schon wieso nicht so da unten band das ähm ja so, das geht prima so, dann hier ein bisschen verwurstelt aber das soll mir jetzt mal egal sein, so, zack so, Ausgang das erste ist der graue 2, 3, 4, 5 wie lang, bis dahin okay, dann kann ich ja da unten das abbauen das muss ja hier nicht hoch, runter, links, rechts, hoch, runter was weiß ich, nach vorne, nach hinten brauchst du ja nicht so, dann kann das hier nämlich alles weg von hier an was brauche ich denn mehr, das nicht das nicht das nicht das ist eigentlich unnötig und das hier brauchen wir auch nicht mehr die gesamte Leitung hier die brauchen wir nicht mehr sprich das kann weg na, weil wir brauchen ja kein Ignum mehr hier hinten so, ich habe nicht genug zu viel abgerissen so, ne ich verbinde ich noch so, ich habe so, ne und das Band ja, das sieht ein bisschen doof aus oder ich lasse es hier so lang gehen und ziehe es hier wieder hoch hier da nicht ein weiter ich sagte ein weiter ja genau komm schon ja dann ist es halt unten verschnörkelt wo ist denn Metten da unten verschnörkelt aber oben geht es ja weiter richtig schön gerade so, ne hier ist alles weg nicht ganz nicht ganz das ist noch weg so und hier Bänder spart Bänder haben wir jetzt echt genug so das sollte es gewesen sein fast perfekt wird hier runtergenommen Ordnung komplett cool so der Aufzug kann noch weg kein Platz im Inventar wie kann denn das passieren äh okay okay der ist weg der kann weg okay okay du kannst weg guck mal wie wenig jetzt verbraucht wird an Ignom nur weil ich mit anderen Sachen verbunden habe mit Öl du ich das an hier steht alles wie viele sind jetzt hier drin guck mal kann der voll sein ne warum arbeiten die hier nicht warum arbeiten die nicht ist doch alles da Produktionsstatus zack 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 ist doch voll oder was ist hier falsch 60 30 60 umarbeiten nur 4 ähm warum da arbeiten die zu langsam nee der arbeitet gar nicht der arbeitet Öl ist drin der 224 Braucher oh es hängt tatsächlich am Müll hier nicht dein ernst warte ich brauch 8 mal 1600 sinn 12800 also liegt das da hinten ah ja hier geht's noch sehr schön aufgeräumt hier 1600 äh aber die tuckern doch hier aber 8 mal 16.000 nee oder doch 12.800 aber ähm macht denn einer gute Frage 11.000 11.000 25 also brauche ich ja locker da habe ich ein 2 3 4 5 6 ich brauche locker noch ne nicht Gießerei was ist das für ein Ding was ist das für ein Ding chemischer Verarbeiter chemischer Verarbeiter äh war noch 2 kriegt die da hin ja die kriegt so erst verbinden dann nachrechnen na ja hier ständig am nacharbeiten das nicht richtig schon richtig aber nichts in der Sache die jetzt nicht reichen so qualmen die jetzt nein weil es keinen Ausgang gibt ich habe jetzt hier stehen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ist richtig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 so ich krieg hier raus was sag ich brauche 12.800 krieg raus 9 mal 1125 und reicht nicht ne und noch zwei wo packe ich die denn hin tja passt hier noch einer ja möglicherweise aber und hier mach mal einen damit ich gucken kann ob es passt da sehe ich keinen mehr hin ne hm hier bestimmt auch nicht ne aber das hier kann ja komplett umgebaut werden also wir machen das mal so und hier das Ding hin geht denn dementsprechend dann hier wird nein nicht da hier wird er weiter dahin was ist das nein schon wieder zu eingebaut lasst das erst mal raus so kommt er jetzt von beiden seiten raus und geht da lang ja fast na gut so mit zwei stück sagte ich ne natürlich geht's nicht ach man ne hm geh ich auch mal hier hin ich hab keine Rohre mehr vorragend ich kann acht Rohre herstellen ich will da gerne Platten mit Dinger so wieder keine ach so ich hab ja gar keiner gebaut war das so ne so schon So, okay. Ähm, Stahldräger, fortgeschrittene Maschinenteile auf dem Rand. Fortgeschrittene Maschinenteile, kann ich die hier mitmachen? Warte mal. Ach, ich geh die jetzt holen. Die müssten ja hier vorne irgendwo sich stücken. Fortgeschrittene Maschinenteile gehen wo lang? Komm hier. Komm da raus, gehen da lang. Wären die nicht irgendwo gesammelt? Die werden nicht gesammelt? Warum nicht? Doch da. Ähm, okay. So. Ja, machen wir mal zwei. Kriegt zwar nur noch einen dahin, aber Inventar ist voll. Okay. Ich hab zwei. Reicht. Ich krieg hier sowieso nur noch einen hin. So, dann sind's. Was waren das? Neun. Da hab ich elf oder was. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Warum hab ich hier vorne keinen hingekriegt? Hm. Weil's zu eng ist. Alles klar. So, dann haben wir elf mal. Elf mal. Elf 25. Das reicht jetzt. Zwölfhundert. Zwölfthausend. 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 Könnte gehen. Hab hier nur ein kleines Problemchen. Wahrscheinlich. Brauchen die jetzt auch jede Menge. Von dem anderen Zeugs. Ne. Und zwar. Ne. Verbraucht einer. Mh. 375, ne. 375 mal elf. Mh. 4125. 4125. So. Geteilt durch. Äh. 1500. 2,75. Warte mal. Aber ich hab doch hier ein, zwei, drei, vier. Viermal 1500. Ja, das kann's ja nicht sein. Wie komm ich denn jetzt? Nochmal. Ach, acht. Acht. Mh. Okay. Ähm. Wisst ihr was? Ich bedanke mich mal fürs Zuschauen, sonst wär's wieder zu lang. Wir sehen uns morgen. Bis dahin gehabt euch gut. Und tschüss. Ich baue das jetzt selber fertig. Ciao.